Es ist so schön, euch zu sehen. Wir haben mit so vielen Leuten vorhin gesprochen, wo die alle herkamen. Es ist toll. Und dieses Jahr ist sehr viel Neues passiert. Wir haben eine neue Platte. Habt ihr schon gesehen? Alle drei Jahre gibt's ja eine neue Platte. Und wir haben einen neuen Mann am Barstin-Stern von Hamburg, Jan Klein. Der mitgeholfen hat, diese Platte fertig zu kriegen. Und heute Abend ist der 66. Geburtstag von Zoya Ramon. Und natürlich gibt's auch diese Platte an Zoya Ramon. Wir spielen jetzt ein paar neue Stücke davon, werden die noch nie zusammen performen. Und wir fangen an mit This One's Called Hey Daddy O. Und sie ist ein paar Jahre. Und sie hat eine neue Platte. Und sie ist so großartig. Und sie ist so großartig. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.